Rodyard Kipling Das Dschungelbuch Teil 1 Gelesen von Doris Wolters Moglis Brüder Chill, der Schwarzmilan, bringt die Nacht heran. Mang, die Fledermaus, lässt sie frei. Und die Herden all sind in Pferch und Stall, denn bis morgen ist hier unser Reich. Kraft und Tapferkeit haben ihre Zeit. Pranke, Klaue, Reißzahn sind bereit. Hört den Ruf im Wald. Allen gute Jagd. Die im Dschungel achten das Gesetz. Nachtgesang im Dschungel Um sieben Uhr, an einem sehr warmen Abend in den Sioni-Bergen, erwachte Vater Wolf aus seiner Tagesruhe, kratzte sich, gähnte und spreizte seine Pfoten, eine nach der anderen, um das Schlafgefühl aus ihren Spitzen zu vertreiben. Mutter Wolf lag da, die große graue Nase quer über das Knäuel ihre vier quiekenden Welpen gesenkt und der Mond leuchtete in den Eingang der Höhle, wo sie alle lebten. Uah, sagte Vater Wolf, es ist Zeit, wieder auf die Jagd zu gehen. Und er wollte gerade den Abhang hinunterspringen, als ein kleiner Schatten mit buschigem Schwanz über die Schwelle trat und winselte. Viel Glück soll dir werden, o Herr der Wölfe, und viel Glück und scharfe Zähne den edlen Kindern, auf das sie nie die Hungrigen in dieser Welt vergessen. Es war der Schakal, Tabaki, der Schüssellecker. Und die Wölfe Indiens verachten Tabaki, weil er herumläuft und Unheil anrichtet, Tratsch erzählt und Lumpen und Lederreste von den Müllhaufen der Dörfer frisst. Aber sie fürchten ihn auch, weil Tabaki leichter als sonst irgendwer im Dschungel toll werden kann. Und dann vergisst er, dass er je vor irgendwem Angst hatte. Er rennt dann durch den Wald und beißt jeden, der ihm in die Quere kommt. Selbst der Tiger nimmt Reiß aus und versteckt sich, wenn der kleine Tabaki toll wird, denn die Tollheit ist das schmachvollste, das einem wilden Tier widerfahren kann. Wir nennen es Tollwut oder Hydrophobie, aber sie nennen es Devaney, Wahnsinn und machen sich eilends davon. Dann komm eben herein und seh dich um, sagte Vater Wolf, aber hier gibt es kein Essen. Für einen Wolf nicht, sagte Tabaki, aber für jemand so Geringes wie mich ist ein blanker Knochen ein Festmahl. Wer sind wir? Die Gidalog, das Schakalvolk, das wir heikel und wählerisch sein sollten. Er verzog sich geschwind in den rückwärtigen Bereich der Höhle, wo er einen Hirschknochen fand, mit etwas Fleisch daran und da ließ er sich nieder und knackte vergnügt am Endstück. Besten Dank für das gute Essen, sagte er und leckte sich die Lefzen. Wie schön sind doch die feinen Kinder, wie groß ihre Augen und dabei noch so jung. Wirklich, wirklich, ich hätte wissen müssen, dass die Kinder von Königen Männer sind von Anfang an. Nun wusste Tabaki so gut wie jeder andere, dass nichts so schädlich ist, wie Kindern ins Gesicht Komplimente zu machen und es freute ihn, dass Vater und Mutter Wolf sich sichtlich unwohl fühlten. Tabaki saß da und weidete sich an dem Unheil, das er angerichtet hatte. Dann sagte er voller Schadenfreude, Schirkan, der Große, hat seine Jagdgründe verlegt. Er wird im nächsten Mond in diesen Bergen jagen, hat er mir erzählt. Schirkan war der Tiger, der 20 Meilen entfernt im Gebiet des Weigunga-Flusses lebte. Dazu hat er kein Recht, begann Vater Wolf aufgebracht. Beim Gesetz des Dschungels, er hat kein Recht, sein Revier ohne rechtzeitige Warnung zu verlegen. Er wird jedes Stück wild im Umkreis von zehn Meilen verjagen und ich, ich muss dieser Tage für zwei töten. Seine Mutter hat ihn nicht umsonst Lungri, den Lahmen genannt, sagte Mutter Wolf besonnen. Er lahmt seit seiner Geburt auf einer Pfote. Deshalb tötet er bloß Vieh. Jetzt sind die Dorfbewohner am Weingunga zornig auf ihn und er kommt hierher, um unsere Dorfbewohner zu erzürnen. Sie werden den Dschungel in Brand stecken, wenn er schon über alle Berge ist und wir und unsere Kinder müssen flüchten, wenn das Gras brennt. Wir sind Schirkan wirklich sehr dankbar. Soll ich ihm euren Dank ausrichten? fragte Tabaki. Hinaus! schnappte Vater Wolf. Hinaus und geh mit deinem Herrn jagen! Du hast genug Schaden angerichtet für eine Nacht. Ich gehe, sagte Tabaki gelassen. Man kann Schirkan unten im Dickicht hören. Ich hätte mir die Nachricht sparen können. Vater Wolf lauschte und unten im Tal am kleinen Fluss hörte er den harten, wütenden, fauchenden, jaulenden Singsang eines Tigers, der nichts erbeutet hatte und den es nicht stört, wenn der gesamte Dschungel davon erfährt. Der Schwachkopf, sagte Vater Wolf, beginnt die nächtliche Arbeit mit so einem Lärm. Bildet er sich ein, unsere Hirsche seien wie seine fetten Weingungerochsen? Sch, sch, sch. Weder Ochsen noch Hirsche jagte heute Nacht, sagte Mutter Wolf. Er jagt Menschen. Das Jaulen hatte sich in eine Art surrendes Schnurren verwandelt, das aus allen Himmelsrichtungen zu kommen schien. Es war das Geräusch, das Holzfäller und fahrendes Volk, die im freien Schlafen aufscheucht und manchmal genau ins Maul des Tigers treibt. Menschen, sagte Vater Wolf und blickte seine weißen Zähne, gibt es nicht genügend Käfer und Frösche in den Wasserlöchern, dass er Menschen fressen muss und noch dazu auf unserem Land. Das Dschungelgesetz, das nie etwas ohne Grund festlegt, verbietet es allen Tieren, Menschen zu fressen, außer wenn sie ihren Jungen das Töten beibringen und dann müssen sie außerhalb der Jagdgründe ihres Rudels oder ihrer Sippe jagen. Der eigentliche Grund dafür ist, dass das Töten von Menschen früher oder später die Ankunft von weißen Männern auf Elefanten zur Folge hat, mit Gewehren und Hunderten von braunen Männern mit Gongs und Leuchtraketen und Fackeln. Dann haben alle im Dschungel zu leiden. Die Tiere geben allerdings als Grund dafür an, dass der Mensch das Schwächste und Wehrloseste aller Lebewesen ist und dass es deshalb unfair ist, ihn anzutasten. Außerdem sagen sie, und das stimmt, dass Menschen fresserreudig werden und ihre Zähne verlieren. Das Schnurren wurde lauter und endete mit einem Laut aus voller Kehle, als der Tiger sprang. Dann ertönte ein Heulen, ein untigerisches Heulen von Schirkan. Daneben, sagte Mutter Wolf. Was ist geschehen? Vater Wolf lief ein paar Schritte hinaus und hörte Schirkan wütend vor sich hin schimpfen und murren, während er im Unterholz herumstolperte. Der Dummkopf war töricht genug, in das Lagerfeuer der Holzfäller zu springen und hat sich die Tatzen verbrannt, schnaubte Vater Wolf. Tabaké ist bei ihm. Etwas kommt den Berge rauf, sagte Mutter Wolf und zuckte mit einem Ohr. Mach dich bereit. Die Büsche im Unterholz raschelten ein wenig und Vater Wolf duckte sich auf seine Hinterläufe, bereit zum Sprung. Dann hättest du, wenn du da gewesen wärst, etwas höchst Erstaunliches sehen können. Der Wolf bremste mitten im Sprung ab. Er machte einen Satz, ehe er gesehen hatte, Wasser ansprang und versuchte, dann plötzlich innezuhalten. Am Ende schoss er vier oder fünf Fuß senkrecht in die Höhe und landete dann fast wieder auf dem Ausgangspunkt. Ein Mensch, schnappte er, ein Menschenwelpe, sieh nur. Direkt vor ihm stand, an einem niedrigen Ast geklammert, ein nacktes, braunes Baby, das gerade erst laufen konnte. So weich und mit so niedlichen Grübchen, wie nur je eines in der Nacht eine Wolfshühle aufgesucht hat. Es blickte Vater Wolf ins Gesicht und lachte. Ist das ein Menschenwelpe? fragte Mutter Wolf. Ich habe noch nie einen gesehen, bring ihn her. Wölfe sind gewohnt, ihre eigenen Welpen herumzutragen und können, wenn nötig, ein Ei ins Maul nehmen, ohne es zu zerbrechen. Und obwohl sich Vater Wolfs Fänge um den Rücken des Kindes schlossen, machten seine Zähne nicht einmal einen Kratzer in die Haut, als er es zwischen die Wolfswelpen legte. Wie klein, wie nackt und wie mutig, sagte Mutter Wolf leise. Das Baby drängelte sich zwischen die kleinen Wölfe, um an die warme Haut zu kommen. Ei, er nimmt seine Mahlzeit mit den anderen. Das ist also ein Menschenwelpe? Na, hat es je eine Wölfin gegeben, die sich rühmen konnte, einen Menschenwelpen unter ihren Kindern zu haben? Ich habe schon von so etwas gehört, aber nie in unserem Rudel oder in meiner Zeit, sagte Vater Wolf. Er hat überhaupt kein Fell und ich könnte ihn mit einem Tritt erlegen, aber schau, er sieht sich um und hat keine Angst. Der Höhleneingang verdunkelte sich plötzlich, denn Shere Khans großer Quadratschädel drängte sich mitsamt den Schultern in den Eingang. Tabaki hinter ihm quiekte, mein Herr, mein Herr, da ist es hineingegangen. Shere Khan erweist uns große Ehre, sagte Vater Wolf, aber seine Augen blitzten zornig. Was braucht Shere Khan? Meine Beute, ein Menschenjunges ist hierher gekommen, seine Eltern sind davongelaufen, gebt es her. Shere Khan war in das Lagerfeuer eines Holzfällers gesprungen, wie Vater Wolf gesagt hatte, und der Schmerz in seinen verbrannten Tatzen machte ihn rasend. Aber Vater Wolf wusste, dass der Höhleneingang für einen Tiger zu eng war. Selbst dort, wo Shere Khan stand, waren seine Schultern und Vorderpfoten so eingezwängt, wie bei einem Menschen, der versucht, in einem Fass zu kämpfen. Die Wölfe sind ein freies Volk, sagte Vater Wolf. Sie empfangen Befehle vom Anführer des Rudels und nicht von irgendwelchen gestreiften Viehmördern. Der Menschenwölbe gehört uns. Wir töten ihn selber, wenn wir das wollen. Wenn ihr wollt und wenn ihr nicht wollt, was ist das für ein Geschwätz vom Wollen? Beim Bullen, den ich getötet habe, muss ich hier stehen und in eurem Hundekobel die Beute wittern, die mir zusteht? Ich bin es, Shere Khan, der spricht. Das Gebrüll des Tigers erfüllte die Höhle mit Donnerhalt. Mutter Wolf schüttelte die Welpen ab und sprang vor. Ihre Augen, zwei grüne Monde, starrten in die funkelnden Augen Shere Khans. Und ich bin es, Raksha, die Dämonin, die antwortet. Der Menschenwelpe ist meiner, Lungri, meiner, für mich. Er wird nicht getötet. Er wird leben, um mit dem Rudel zu rennen und mit dem Rudel zu jagen. Und am Ende, pass auf, du Jäger, kleiner, nackter Welpen, Froschesser, Fischjäger, wird er dich jagen. Jetzt verzieh dich oder beim Sambur, den ich getötet habe, denn ich esse kein verhungertes Vieh. Du verbranntes Dschungeltier gehst lahmer noch zu deiner Mutter zurück, als du in die Welt gekommen bist. Geh! Vater Wolf beobachtete sie voller Verwunderung. Er hatte die Tage beinahe vergessen, da er Mutter Wolf in gerechtem Kampf gegen fünf andere Wölfe gewonnen hatte, als sie im Rudel mitlief und den Namen Dämonin nicht aus Schmeichelei führte. Schirkan hätte sich möglicherweise Vater Wolf entgegengestellt, aber gegen Mutter Wolf konnte er sich nicht behaupten, denn er wusste, dass sie bei seiner jetzigen Position im Vorteil war und bis auf den Tod kämpfen würde. Daher zog er sich knurrend aus dem Höhleneingang zurück. Aber draußen brüllte er, jeder Hund bellt in seinem eigenen Garten, wir werden ja sehen, was das Rudel zu dieser Aufzucht eines Menschenwelpen sagt. Der Welpe gehört mir und zu guter Letzt wird er zwischen meine Zähne kommen, ihr busschwänzigen Diebe. Mutter Wolf ließ sich schwer atmend zwischen die Welpen fallen und Vater Wolf sagte ernst, in einem Punkt hat Schirkan recht, der Welpe muss dem Rudel vorgeführt werden. Willst du ihn immer noch behalten, Mutter? Behalten, japste sie, Er ist nackt gekommen in der Nacht, allein und sehr hungrig und dennoch hatte er keine Angst. Schau, er hat schon eins meiner Babys zur Seite geschubst und dieser lahme Schlechter hätte ihn getötet und wäre zum Weingunga gelaufen, während die Dorfbewohner uns aus Rache, aus all unseren Höhlen gejagt hätten. Ihn behalten. Mit Sicherheit behalte ich ihn. Lieg still, kleiner Frosch. Ach du, Mowgli, denn Mowgli, den Frosch werde ich dich nennen. Die Zeit wird kommen, da jagst du, Schirkan, wie er dich gejagt hat. Aber was wird das Rudel sagen? fragte Vater Wolf. Das Dschungelgesetz legt unmissverständlich fest, dass ein Wolf, wenn er heiratet, sich von seinem Rudel zurückziehen darf. Aber sobald die Welpen alt genug sind, um auf ihren Beinen zu stehen, muss er sie zum Rudelrad bringen, der gewöhnlich einmal im Monat bei Vollmond stattfindet, damit die anderen Wölfe sie kennenlernen können. Nach dieser Begutachtung dürfen die Welpen herumlaufen, wo sie wollen. Und bevor sie nicht ihren ersten Hirsch getötet haben, wird es keinem erwachsenen Wolf des Rudels verziehen, wenn er einen von ihnen umbringt. Kann der Mörder gefunden werden, ist seine Strafe der Tod. Und wer eine Minute lang darüber nachdenkt, wird begreifen, dass es so sein muss. Vater Wolf wartete, bis die Welpen ein wenig laufen konnten. Dann nahm er sie und Mogli und Mutter Wolf in der Nacht der Rudelversammlung mit zum Ratsfelsen, einer von Steinen und Felsbrocken bedeckten Bergkuppe, wo sich an die hundert Wölfe unbeobachtet aufhalten konnten. Akela, der große, graue Einzelgänger, der dank seiner Stärke und Schlauheit das ganze Rudel führte, lag in voller Länge auf seinem Felsen ausgestreckt und darunter saßen über vierzig Wölfe aller Größen und Farben, von dachsfarbenen Veteranen, die in der Lage waren, einen Hirsch allein zu erledigen, bis zu jungen, schwarzen Dreijährigen, die sich einbildeten, sie könnten das auch. Der Einzelgänger war nun schon seit einem Jahr ihr Anführer. Er war in seiner Jugend zweimal in eine Wolfsfalle geraten und einmal war er verprügelt und für Tod liegen gelassen worden, daher kannte er die Sitten und Gebräuche der Menschen. Es wurde sehr wenig gesprochen am Felsen. Die Welpen purzelten in der Mitte des Kreises, um den ihre Eltern saßen, übereinander und hin und wieder ging ein Wolf schweigend zu einem der Welpen, sah ihn sich genau an und kehrte dann auf lautlosen Pfoten wieder zu seinem Platz zurück. Manchmal schob eine Mutter ihr Junges hinaus ins Mondlicht, um sicher zu gehen, dass es nicht übersehen wurde. Akela rief wieder und wieder von seinem Felsen »Ihr kennt das Gesetz! Ihr kennt das Gesetz! Schaut gut hin, ihr Wölfe!« Und die besorgten Mütter nahmen den Ruf auf »Schaut! Schaut gut hin, ihr Wölfe!« Schließlich und Mutter Wolfs Nackenhaare stellten sich auf, als der Augenblick kam, schob Vater Wolf Mogli den Frosch, wie sie ihn nannten, in die Mitte, wo er sitzen blieb und vergnügt mit ein paar Kieselsteinen spielte, die im Mondlicht glitzerten. Akela hob den Kopf gar nicht erst von den Pfoten, sondern fuhr mit seinem eintönigen Ruf fort »Schaut gut hin!« Hinter den Felsen ertönte ein gedämpftes Brüllen. Die Stimme Schirkans, der rief »Der Welpe gehört mir!« »Gebt ihn mir!« »Was hat das freie Volk mit einem Menschenwelpen zu schaffen?« Akela zuckte nicht einmal mit den Ohren. Er sagte nur »Schaut gut hin, ihr Wölfe!« »Was hat das freie Volk mit Befehlen von anderen als dem freien Volk zu schaffen?« »Schaut gut hin!« Tiefe Stimmen knurrten im Chor und ein Jungwolf im vierten Lebensjahr warf Schirkans Frage an Akela zurück. »Was hat das freie Volk mit einem Menschenwelpen zu schaffen?« Nun legt das Dschungelgesetz fest, dass, wenn es Streit darüber gibt, ob ein Welpe vom Rudel angenommen werden darf, mindestens zwei Rudelmitglieder, die nicht Vater oder Mutter sind, für ihn sprechen müssen. »Wer spricht für diesen Welpen?« fragte Akela. »Wer vom freien Volk spricht?« Es kam keine Antwort. Und Mutter Wolf machte sich bereit und wusste, es würde, sollte es zum Kampf kommen, ihr letzter sein. Da erhob sich die einzige andere Kreatur, die beim Rudelrad zugelassen ist. Balou, der schläfrige braune Bär, der den Wolfswelpen das Dschungelgesetz beibringt. Der alte Balou, der kommen und gehen kann, wohin er will, weil er nur Nüsse und Wurzeln und Honig isst. Balou erhob sich auf die Hintertatzen und brummte. »Der Menschenwelpe, der Menschenwelpe«, sagte er, »ich spreche für den Menschenwelpen, weil Menschenwelpe tut nichts Böses. Ich bin zum Reden nicht begabt, aber ich sage die Wahrheit. Lasst ihn mit dem Rudel laufen und nehmt ihn auf wie die anderen. Ich selbst werde sein Lehrer sein.« »Wir brauchen noch einen«, sagte Akela. »Balou hat gesprochen und er ist der Lehrer unserer jungen Welpen. Wer spricht außer Balou?« Ein schwarzer Schatten ließ sich in den Kreis hinabfallen. Es war Bagheera, der schwarze Panther, tintenschwarz von oben bis unten, aber in einem gewissen Licht kamen die Pantherflecken zum Vorschein, wie das Muster von Moiré-Seide. Alle kannten Bagheera und niemand hatte Lust, sich mit ihm anzulegen, denn er war schlau wie Tabaki, mutig wie ein wilder Büffel und so rücksichtslos wie ein verwundeter Elefant. Aber seine Stimme war so weich wie wilder Honig, der vom Baum tropft und sein Fell weicher als Daunen. »O Akela und ihr vom freien Volk«, schnurrte er, »ich habe in eurer Versammlung keine Stimme, aber das Dschungelgesetz sagt, wenn es wegen eines Welpen einen Zweifel gibt, bei dem es nicht um Leben und Tod geht, dann kann das Leben des Welpen für einen Preis gekauft werden. Und das Gesetz schreibt nicht vor, wer den Preis zahlen darf und wer nicht. Habe ich recht?« »Gut, gut«, sagten die jungen Wölfe, die immer Hunger haben, »hört auf Bagheera! Der Welpe kann für einen Preis gekauft werden. Das ist Gesetz.« »Im Bewusstsein, dass ich kein Recht habe, hier zu sprechen, bitte ich um eure Erlaubnis.« »Also, sprich«, riefen zwanzig Stimmen. »Einen nackten Welpen zu töten, ist eine Schande. Außerdem werdet ihr mehr Vergnügen an ihm haben, wenn er größer ist.« Balou hat für ihn gesprochen. »Nun füge ich Balous Wort einen Bullen hinzu.« »Einen fetten Bullen, gerade erst geschlagen, kaum eine Meile von hier.« »Wenn ihr den Menschenwelpen nach dem Gesetz aufnehmen wollt.« »Fällt euch das schwer?« Zahllose Stimmen gelten durcheinander. »Was macht das schon? Er wird im Winterregen sterben. Er wird in der Sonne verdörren. Was kann uns ein nackter Frosch schon schaden? Lass den mit dem Rudel laufen. Wo ist der Bulle Bagheera? Der Welpe soll aufgenommen werden.« Und dann erscholl Akelas tiefes Bellen und er rief, »Schaut gut hin! Schaut gut hin, ihr Wölfe!« Untertitelung des ZDF,